Also wir stehen jetzt hier und warten tatsächlich auf die Politprominenz und wollen hier jetzt tatsächlich unsere Grünfläche verteidigen und wir haben uns auch schon, denn wir haben tatsächlich hier schon auch unser Motto aufgehängt, Grünfläche muss bleiben, sonst wird Natur leiden und wir sind tatsächlich auch der festen Überzeugung, dass das so ist und wir wollen unsere schöne Grünfläche genau so, wie sie ist, erhalten. Was meinen Sie dazu, Herr Schmidt? Der Tod ist groß und das Bedürfnis, die Leute unterzumachen, ist sehr groß und das Flüchtlingszimmer ist auch eins und wir wissen, dass es hier ukrainische Flüchtlinge sein sollen, das ist wie wir den Flüchtlingszimmern-Status und den Krieg auch nochmal erzählen haben, aber ehrlich gesagt, da wollen wir jetzt auch nix einbringen, das ist ja null erschlossen weg. Und statt aufwechselnd auf den Kopf. Also hier in diese Struktur sowas reinzusetzen mit 10 Meter Höhe in dieser Massivität mit 290 Menschen. Also da muss man jetzt kein Experte und kein Sozialpädagoge sein, dass man sagt, das funktioniert nicht. Also ich meine, auch von der Aufenthaltsqualität, also was sollen denn die Leute auch machen, also wenn da draußen eine Buslinie läuft, okay, dann gibt es wenigstens ein bisschen was, aber das ist ja nicht das, was an Anwendung wirklich funktioniert. Also man muss, also da fehlt jede Sensibilität und trotz allem Druck muss man schon auch auf Gegebenheiten rücksichtigen. Also das muss man einfach mal sagen, also wenn man das jetzt hier sieht und sich das jetzt hier so vorstellt, 10 Meter hoch mit dieser Dichte. Also das ist ja auch nicht wie ein Haus, wo die Trauchteile irgendwie beim ersten oder zweiten Stock zu gehen und dann die Dachschläge mit einem Garten außenrum. Also das ist ja riesig. Und dann hat Natur und Tier wieder sein Recht verlangt. Wir haben festgestellt, das ist nix und damit ist auch wieder gut.